Gehst du es auf die leichte oder auf die harte Tour? Die Comic-Hefte. Gib sie mir. Jetzt. Okay. Mumien-Girl! Das Werk der Prinzessin ist nie getan. Was darf, Schmitz! Mir ist echt übel. Ein Man hat uns betrogen? Wie erwartet. Das Volk kennt keine Loyalität. Wir dürfen ihm nichts tun. Es ist nicht Crying Man's Schuld. Mike, es tut mir leid. Sie ist verrückt. Gib ihn mir sofort zurück. Wenn du ihn haben willst, dann hol ihn dir. Du vergisst, dass ich mit diesem heulenden Tottel schon gekämpft habe. Ich kenne alle seine Tricks. Hey! Keine blöde Idee und... Gib mir meinen Freund zurück! Nein. Es reicht jetzt. Gravity! Hallo, Freunde! Ich bin es! Gravity! Aber zwei Helden auf einmal, das geht doch nicht! Wie hast du... Mike! Sie ist zu mächtig! Du musst fliehen! Ich soll mit diesem heulsusen Mann zusammenarbeiten! Ich heiße Crying Man! Ich habe dich gewarnt. Du bist mir nicht gewachsen. Und jetzt werde ich es beweisen. Angriff! Kann ich Ihnen helfen? Tara McKenzie. Hundereporterin. Ich meine, echte Reporterin. Also vor ein paar Tagen. Dieser Tornado-Zwischenfall. Ich hätte da ein paar Fragen. Wow, Lois Lane. Ich weiß darüber gar nichts. Hören Sie. Wenn Sie etwas über Comics wissen wollen, dann wenden Sie sich an den großen Comic-Rat. Den großen Comic-Rat? Ja. Derk sowieso. Er hängt dauernd hier im Laden rum mit seinen Loser-Freunden. Mhm. Ruhiger Tag? Zugegeben. Irgendwie seltsam. Ich habe über Nationen geherrscht. Ich werde auch mit einer kleinen Holzdüse klarkommen. Jetzt. Ja. Ich beginne mit dem Masterplan. Schwerelosigkeit! Was? Wie? Wie? So verwendet man Heldenhefte. Mumien-Girl, kehrt zurück! Black Knight, los! Keine Sorge. Ich bin ein Meister im Kampf gegen jedweden-Feind und ich... Oh, du bist es. Ich... Gravity, kehrt zurück! Du bist also übergelaufen? Oh, frag erst gar nicht. Black Knight, Fluchtplan Delta! Welcher war das? Einfach abhauen! Okay. Los, in na. Es tut mir leid. Bitte entkommt! Es tut mir leid. Oh, wieso bin ich nur so großartig? Oh, ho, 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 ho! Erledige sie! So verliere ich nicht. Ich bin zu cool! Oh, ho, zu langsam! Jetzt, du Häusel! Vergib mir! Oh, ho, ho, ho! Oh, 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 ho, ho! Das war dann wohl ein Unentschieden. Ernsthaft, gib endlich auf! Noch nicht. Black Knight, kehr zurück! No! Hey, hab ich was verpasst? Comic-Aliess! Ultimativo Speednado! Oh, ho, ho, ho! Oh, ho, ho! Oh, ho! Vielen Dank.